So, in diesem Video werden wir uns die sogenannte Lenz'sche Regel anschauen. Und mit der Lenz'schen Regel, mit der kann man bestimmen, in welche Richtung bei der elektromagnetischen Induktion der Strom fließt. Und um das zu verstehen, schauen wir uns dieses ganz einfache Beispiel hier an. Wir haben ein Magnetfeld, ein Magnetfeld B, das diese grüne Leiterschleife hier durchdringt. Das heißt, dieses grüne Material, das ist irgendein elektrischer Leiter. Klar, und wir wissen, wenn wir jetzt irgendwie den magnetischen Fluss durch diese Oberfläche verändern, dann wird in dieser Leiterschleife ein elektrischer Strom erzeugt. Und wir wollen eben wissen, in welche Richtung fließt dieser Strom dann. Und wir schauen uns beispielsweise mal an, wie sieht das Ganze aus, wenn wir dieses Magnetfeld ganz einfach verkleinern. Das heißt, wir verkleinern dieses Magnetfeld, dadurch verändert sich der magnetische Fluss durch diese Oberfläche, der wird eben kleiner und dadurch wird dann in dieser grünen Leiterschleife hier ein Strom erzeugt. Die Frage ist jetzt, in welche Richtung wird dieser Strom fließen? Wird dieser Strom in diese Richtung fließen oder in diese Richtung? Und das kann man eben mit der Lenz'schen Regel beantworten. Die Lenz'sche Regel, die besagt, dass der Induktionsstrom, dass der induzierte Strom, immer der Ursache entgegenwirkt. Und die Ursache für diese Induktion in diesem Fall ist die Verkleinerung von diesem Magnetfeld. Das heißt, der Induktionsstrom, der induzierte Strom, der wird irgendwie versuchen, dieser Verkleinerung von diesem Magnetfeld entgegenzuwirken. Das heißt, der Induktionsstrom, der will dieses Magnetfeld wieder vergrößern. Und jetzt müssen wir uns eigentlich nur überlegen, in welche Richtung muss der Strom fließen, damit wir dieses blaue Magnetfeld hier wieder vergrößern. Und das kann man jetzt ganz einfach mit der rechten Handregel herausfinden. Wenn der Strom nämlich hier nach oben fließt, in diese Richtung, dann sieht das Magnetfeld von dieser Leiterschleife so aus. Es geht kreisförmig um diese Leiterschleife herum. Und es zeigt innerhalb der Leiterschleife nach oben. Das heißt, es zeigt hier innen immer nach oben. Und dadurch wird dann dieses blaue Magnetfeld hier wieder vergrößert. Und genau das meint man, wenn man sagt, dass der Induktionsstrom, dieser Induktionsstrom hier, der wirkt der Ursache für die Induktion, also die Verkleinerung von diesem Magnetfeld, der wirkt dieser Ursache entgegen. Und jetzt können wir uns zum Beispiel auch überlegen, wie würde das aussehen, wenn wir dieses Magnetfeld nicht verkleinern. Das heißt, wir verkleinern dieses Magnetfeld nicht, sondern wir vergrößern es. In welche Richtung muss dann der Strom fließen? Und zwar, wenn wir dieses Magnetfeld vergrößern, dann wird der Strom nicht in diese Richtung fließen, sondern in diese Richtung, weil dann sieht das Magnetfeld von dieser Leiterschleife so aus, wieder kreisförmig um diesen Leiterschleife herum. Aber diesmal zeigt das Magnetfeld innerhalb der Leiterschleife hier also nach unten. Das heißt, dieses Magnetfeld wird wieder verkleinert und du siehst, dass dieser Induktionsstrom, dass der immer irgendeiner Veränderung von diesem Magnetfeld, oder genauer gesagt, von dem magnetischen Fluss durch diese Oberfläche, dass dieser Induktionsstrom immer versucht, zu einer Veränderung entgegenzuwirken. Das heißt, zu einem Magnetfeld, dem ist es am liebsten, wenn es sich einfach nicht verändert. Und wenn du es jetzt irgendwie schwächer machst, dann versucht es durch so einen Induktionsstrom wieder stärker zu werden. Und so kannst du diese Lenz'sche Regel verstehen. Mit dieser Lenz'schen Regel, die ist auch die Ursache dafür, dass wir in der Formel für die Induktion, die sieht ja so aus, und zwar ist eine induzierte Spannung gleich Minus der Änderung des magnetischen Flussers nach der Zeit. Und dieses Minus, das kommt von dieser Lenz'schen Regel. Diese Induktionsspannung, die ist immer dieser Ursache der Induktion, also der Veränderung des magnetischen Flussers, entgegengerichtet. Daher kommt dieses Minus. Im nächsten Video werden wir diese Lenz'sche Regel dann auch wieder brauchen. Da werden wir uns nämlich mit der sogenannten Selbstinduktion beschäftigen. Bei der Selbstinduktion, da geht es eigentlich nur darum, wie verhält sich eine Spule, wie verhält sich so eine Spule in einem Stromkreis. Und da wird dann folgendes passieren, sobald wir in diesem Stromkreis irgendwie die Stromstärke ändern, ändern wir nämlich auch das Magnetfeld durch diese Spule. Das heißt, wir ändern so ein Magnetfeld. Und dann wird laut der Lenz'schen Regel in diesem Stromkreis auch so eine Induktionsspannung erzeugt, die dieser Änderung von der Stromstärke entgegenwirkt. Das werden wir uns alles noch viel, viel genauer im nächsten Video anschauen.